Was ist eine non-formelle Bildung? Es gibt einen Unterschied zwischen informeller, formeller und non-formeller Bildung. Besonders in den ersten Jahren des Lebens ist die Lehre eine zentrale Aktivität von allen gekannt. Lass du die Lehre aus dem Geburt? Kann der Frucht sein Umwelt selbstständig auch von sich zu verstehen, das Bild zwischen dir selbst? Die aller-eiste Platz wird geschieht, als du heim. Seine Eltern unterstützen nicht für groß zu gehen, indem sie ihm auch Rechnungen gehen und nicht encouragieren, Neues zu probieren. Nicht auf der Mannberuf in der Familie lehrt kann doch für Gleichaltrigen, sie oft hat Geschwister oder Freunden. All das die Lehre geschieht auf einen ungeplankten natürlich aus spielerisch Erderweis. Das Form für Lehre gibt informell Bildung genannt. An der Schule steht Lehre am Mittelpunkt an das Struktureat. Es gibt Lehreplägen und Lehreziele für die verschiedene Fächer an Altersniveuen. Die Lehre sind auch formalisiert und wissen, dass die Kündigung mit Diploma unerkannt. Sie erleben den Zugang zu Berufe oder weitere Studien. Das Form für Lehre gibt Formellbildung genannt. Mit nonformeller Bildung, sie in Offen gemengt wird, kann zwar etwas beilehren soll, aber wo es nicht muss, am Vierhaus festgelöschten, individuell Kompetenz zu klinieren. Nonformell Bildung geschieht auf ganz unterschiedlichen Plätzen, durch einen erzählen Ort Greschen, Tageseltern oder die Maison Relais. Das Strukturen und zu Lützeburg nicht nur als Aufgabe, keiner zu betreuen, sondern auch ein klare Bildungsabträge. Das ist ein nationaler Referenzkader für die nonformelle Bildung definiert. Das beschreibt die allgemein pädagogische Grundlehren und Prinzipien und Richtlinien für die pädagogische Offen. Das ist ein nationaler Referenzkader für die pädagogische Offen.